Ich hab mich jetzt mit dem Willi deswegen in der Haare, weil der Termin für mich stressig ist. Ich muss mich abhetzen, ich soll Schuhe anziehen, ich soll zur Bushaltestelle laufen, auf dem Bus warten, in der eisigen Kälte. Ich muss dann noch über einen halben Kilometer bis zum Jobcenter laufen. Und das ist so kui, oder was? Gott! Das ist doch überhaupt kein Problem. Du, nein, ich fährt eh lang, da kann ich dich mitnehmen. Macht euch alle. Ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen. Also das mit dem Willi, das hält sowieso nicht mehr lange. Dann bin ich wieder Single. Wäre bereit, was Ernstes. Das wird schon wieder. Sprecher.